Die Reise von Einstein Einstein sagte, wenn die Beine verflogen, dass man die Mensch nur 4 Jahre vivend hätte. Ja was, heute sind sie ein HAL. Aber kein Wunder, das gibt auch ein uversichtliches Hund. Der eine Natur, kein Spritzmittel, kein Gift nehmen, das gibt natürlich eine Hund, das wunderbar ist. Aujourd'hui, die abeile sind nicht sehr gut. Seit einigen Jahren, sie sterben. Und nicht nur bei uns. In Europa, Norden oder auch in der Schweiz, keine abeile kann ohne Medikamente zurückkommen. Das ist eine absolute Verlust. Und wir wissen nicht warum. Ein Teil des abeiles, die wir nicht ohne abeile sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer ist der besten pollinierer? L'homme oder die abeile?